was ich bin gefangen was was ist so unfair was ich komme hier nicht weg wurde jetzt dreimal hintereinander am boden fest geschnallt okay ich könnte mich ja nicht mehr bewegen ok oh gott er hält seinen arsch in meine richtung das ist gar nicht wer hier auf uns schießt schießt jeff auf uns was ist denn jetzt los hier hallo misst ich sterbe hier noch nix zum heilen ok wir töten jeff jeff muss sterben nicht agariel jeff auf jeff schießen bitte nein agariel gut das war jeff wo irgendwas vergessen gibt es noch irgendwas oder wie hat sie genannt arachnogen was dachte noch ja die spinnenkönigin oder so die spinnenkönigin da leuchtet noch was rot da sind noch feinde drin oder ja aber auch nicht die große dunkeleit kommt na gut dann gehen wir halt weiter ich bin fast voll geheilt wer steht denn da die wachen glaube ich erst noch auf du kannst es viel besser als ich hallo um dich wird keiner trauen diese lüftungsschächte öffnen sich wenn die umgebungstemperatur zu hoch ist schaltet die kühler aus und heit sein hat er mich festgefroren ja hat er gibt es ja wohl nicht was zum hanker bist du auch eingefroren ja die fähigkeit kann ich mich gar nicht erinnern weil der springt natürlich dann wenn ich schieße meine güte da kommt noch mehr knurke benutzen seine fähigkeiten während die gegner schildern haben das ist immer sehr clever von ihm achtung ja 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 haben wir noch wenn der gegner tot ist wenn sie uns treffen wir oder hier gibt's was zu holen ich trau mich aber nicht weil die ganze roten punkte die verwirren mich die werden alle erst wach wenn wir hier den punkt erreichen oder ja die werden schon noch wach kommen wach irgendwann oh das wird schrecklich okay Wow Was, was, was erwischt mich denn hier? Nein, keine Heilung drin, verdammt Ist doch irgendwas zum Heilen Das gibt's ja wohl nicht Wir haben die automatische Lüftungsfunktion ausgelöst Durch die Schächte, bevor sie wieder zugehen Durch die Schächte, die sind lustig Nein, ich wusste es Und du hast einen gefroren Ich hab das Gefühl, dass ich nix aushalte Der hat mich hier beschossen Der Elite-Roboter Der hatte aber gar nicht auf mich gezielt Der war doch auf dich fixiert, oder? Diese kleine, mystige Mistgeburt Halt Mistgeburt ist auch falsch Okay, wir müssen durch den Schacht hier Are you ready to fly? Äh, to fall Ist wahrscheinlich überall noch Zeug, oder? Oh Okay Oh, verdammt Das wird lustig nachher Bis gerade Ich erinnere mich Ja, spring übers Loch, Herr Knurke Springen Sie übers Loch Über Loch und über Stein Ja, das war das, wo du den Bug gefunden hast Habe ich den Bug gefunden? Ach, wo ich mich hinter dem Ding da versteckt hatte, oder? Ja Ich liebe zufällig herumstehende industrielle Ausrüstung Ja, ist bestimmt bereit, der Bug So Gut, äh, stellen wir uns hier auf die Punkte, oder? Was machen wir jetzt? Ja, müssen wir wohl Okay Oh, das stimmt Da kommt noch der Wurm und so eine Kacke, ne? Das ist so lange her Ja, ich erinnere mich dunkel Das ist so lange her Wir werden alle sterben Das sind wir eh schon Ja Aber wir haben noch, haben wir vier Leben Ich glaube, da kommt der Wurm, oder? Oh, da ist was richtig Die Wiese ist da unten bei euch Ja Ich bin nicht sicher, was das ist Aber es ist groß Es ist riesig Und es ist wütend Es ist Was auch immer das ist Okay, wir probieren uns mal mit, äh Der Zorn liegt in der Natur F Wir probieren es doch nicht mit F, sondern mit Dem da Wir setzen einfach alles ein, was wir haben Agari ist fast tot Nein Hör auf zu schießen, Junge Nein, nein, nein Ich bin Profi-Kiter Stimmt, der heilt sich ja dann wieder, oder? Irgendwie Er darf sich nicht heilen Agari, nein Ich dachte, du bist tot Au Das tat weh, das war unfair Du hast es so gewollt Ich glaube, wenn wir die getötet haben, kommt der wieder raus, ne? Irgendwie Ja Es war mir ein Vergnügen Wo ist er? Ich wollte gerade mit R nachladen, aber es ist bei Pfeil und Bogen ziemlich schwierig Wow Wow Im Flug gestorben Ihr seht, wie gut ich bin Äh, soll ich mich nicht lieber wiederbeleben, selber? Oder auch nicht? Wow, das ging aber schnell bei dir Keiner entkommt Ich glaube, gleich pflügt du da wieder Äh, was zum Heilen? Oh, da oben ist er Wow Hab mich voll erwischt Gibt's ja nichts mehr Ich bin aufgestiegen Okay, Heilung Scheißegal Oh, verdammt Ach, wer ist tot? Du hast ihn erledigt Ja Ich hab mich gerade darüber gefreut, dass ich, dass ich Level up hab Und ich wieder voll geheilt bin Und da tötest du den einfach Okay Ist da noch irgendwas? Hier hängt was in der Luft Ja, woher kam wohl das Level up? Das, ja, frage ich mich bis jetzt immer noch Ich glaube, das sind die Battleborn-Götter Hallo Jackie Ihr kleinen Lümmelchens Ja, ja, das ist der zweite Bug hier an der gleichen Stelle Also, es hat Spaß gemacht, euch alles zu zeigen Aber das war's dann auch Schade, dass ihr nicht dabei sein werdet, wenn der Kosmos sich auflöst Aber das ist okay Eure Freunde erleben es Ich hab keine Ahnung, wenn der meint Äh, das leuchtet da so grün Ist das, wo ist da was drin? Guck mal Guck, guck, guck rein Ja Okay Gut, ich glaub, äh Ich glaub, wir haben jetzt eine kleine Laufsession, oder? Ne, da gab's noch Gegner Uh, rein mit uns Ach, ich glaub, jetzt kommt der Flug Gab's ja eigentlich, ja Gab's hier Fallschaden? Nö Ne, zum Glück Hm, ich hab hübsche Beine Würde ich nochmal so sagen Aber ich glaub, hier gibt's auch Gegner Ihr seid nah am Magnuskern Verhindert, was das LLC nicht konnte Zerstört den Magnus, Bastard Nein Geh woanders explodieren Ach, wir haben doch oben noch Sniper Verdammt Okay Überredet Ich kümmere mich um die Sniper Keiner ist, komm Okay Oh Das ist nicht gut Da ist noch ein Sniper Moment Noch zu weit weg Jetzt kommt, komm, reicht das Reicht das, reicht das Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich Okay Ah, da hinten sind noch Sniper Kann ich so weit schießen Ja Komm schon, komm schon Da ist er Du hast es so gewollt Hab ich den jetzt erwischt oder nicht? Ja Das würden wir merken Sieht ganz gut aus Habt ihr damals schon solche Münzen gehabt? Hallo, Frosthüter Sollte was? Welche Münzen? Ich sehe überall Münzen, die hier reinkommen Credits, bonus Credits Okay, ich habe Tempoboost bekommen Also, wir werden jetzt auch mal Amen Euer Jacqueline